Hallo! Das war ein Kopf auf dem Tisch und damit begrüßte ich euch in der Folge CTG heute zusammen mit Karolstar, Dailo, Frigo, Gijix, Mister Ahui, 5, 5, 4, Odevilio, Sebstone 5, Shirila und dem Josch, der vergessen hat, die Traileranzahl für die erste Runde umzustellen. Und das heißt, in der ersten Runde, nein, bleib doch mal 33 hier. Guten Tag. Mach da doch ne 3 hin, du dummes Programm. Ja, auch auf 3%, genau. Machst du mal auf 3%. So, dann dürften wir ab nächster Runde auch mit gescheites Trailer anschauen. Dann sind wir alle Trailer. Irgendjemand hat... Oh nein, ich stehe in der Bärenfalle. Oh nein, wo bist du? Wo bist du? Ich hol dich. Okay, da will jemand nicht, dass Shira aus der Bärenfalle kommt. Ehrenlos. Bärenlos? Bärenlos. Ist es genauso. Ziemlich Bärenlos. Oh Gott. Nö. Ziemlich Bärenlos? Ernsthaft? Ich hab ihn erschossen. Warte mal, ich... Identifizier mal den Rest noch. Also, der wurde getötet hier und ich habe die getötet. Okay. Ich nenne das Fax nicht. What happened there? Da sind mir zu wenig Tests. Anna. Uhu, das... Wie geht das denn hier auf? Hallo? Hallo? Ich würde ja gerne durch. Das geht nicht. Warum schießt ihr denn hier zu auf mich? Alter, Frechheit. Miep. Okay. Da war es nur noch. Eins. Drei. Äh, ein T noch. Dann. Au. Leck. Nein. Warte mal, du hast da... Wo ist das Ding? Oh. Schu-Schu. Okay. Wo sind sie hin? Warum sind sie nicht mehr im Metall? Ich hab Schu-Schu's aufgehoben. Doch. Ach nee, das ist Geld. Ich will die Waffe da. Wo das Geld rauskommt? Da ist er. Okay. Welche Tür auf? Noch ist tot. Hallo? Geh auf. Hallo? Geh auf. Äh, Shiri? Oh. Hi. Warte, stopp. Habe ich stehen? Da. Was geht denn da rein? Geh mal zurück. Geh mal einen Schritt zurück. Da ist eine Golden Eagle. Da. Hinten dir. Okay, dann. Dann bin ich die alt. Du, 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 du. Hi, Shiri. Ich hatte hier eine Golden Eagle für dich, wenn du magst. Warte, Trigo. Dann musst du ja T sein. Was? Nein. Die hier, hier, hier. Hm. Da, da, wo ich jetzt gerade hinschaue. Ich hab ein Brett vor dem Kopf. Da. Perfekt. Da ist eine Golden Eagle. Falls da nochmal ein T kommt. Okay. Okay. Also, GJX, ich vertraue dir gerade aktuell irgendwie ein bisschen. Das heißt, Frigo und Josh sind die einzigen, die es noch gibt. Josh hat niemanden gekillt, der... Doch, ich habe Magnus getötet. Okay, dann. Ja, aber eben keinen, der innocent ist. Also bist du gut. Ja. Das heißt, die einzige Person, die es noch gibt, ist Frigo aktuell. Aber wenn es nicht Frigo ist, dann bist es du, GJX. Okay, du sagst, ich soll auf Frigo schießen. Genau. Wenn du Frigo siehst. Siehst. Okay. Ich glaube, ich darf das trotzdem. Guten Hunger. Frohes Chip-Essen. Fuck. Ich habe nicht geschlafen. Sorry. Ja. Da drinnen. Wo drinnen? Okay. Okay, da ist irgendwie der Money-Bunch, ja? Ja, ich habe noch einen Schuss von Magnus. Okay. Ah. Oh, war noch Träger. Dad. Sehr schön. Ja, ne? Jim. Sorry, Magnus. Ich habe irgendwie gepanickt in der Situation. Und dann hast du weiter geschossen. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Ich dachte, du hättest die Money-Gun einfach schon gesehen. Nee, nee. Das war so. Das war einfach nur gepanickt. Und dann ich so, ah, okay. Glück gehabt, dass du dich richtig getroffen hast. So, da wollte ich gerade entschuldigen. Und dann schießt du weiter. Und dann statt, ja, okay, das war mit dem, du schießt weiter, war ein Money-Gun-Schuss. Und dann, okay, dann höre ich halt nicht mehr auf. Ich auch. Ja, okay. Also, ich hole es da raus mit meinem Stimulator. Okay, los. Oh, oh. Und? Ah. Ich habe es. Ich habe es nicht. Es ist. Es ist. Es ist Eri. Es ist Eri. Es ist Eri. Ja, Eri würde ich jetzt nehmen. Berück würde ich nehmen. Ja, Berück ist es. Ja, und. Hi, Bello. Jetzt hat er erstmal noch von 250 Schaden bekommen. 250 Schaden. Ah, ich würde jetzt nicht. So, will man das haben. Sepp. Hallo, Schiri. Hallo, Markus. Hallo, Schiri. Hallo, Magnus. Hallo, Schiri. Hallo, Magnus. Hallo, Schiri. Hallo, Magnus. Ja, Schiri. Hallo, Magnus. Hallo, Schiri. Hallo, Magnus. Hallo, Schiri. Okay. Hallo, G-Chicks. Hallo, Schiri. Was? Schiri? Hallo, Hallo, Siri. Wo bist du hin, Karolstar? Äh, sorry, ich bin gerade kurz weg. Wo bist du? Karol, Karol. Ja, das gefällt mir. Karol, Karol. Du musst dich doch beschützen jetzt, ja. Wenn du stirbst, stelle ich mich auch. Das ist... Das stimmt. Und da kommt ein Magnus. Ja, ja, ich bin aber sowieso schon fest tot. Ja. Hallo. Karol, Karol. Da liegt ein bisschen Petrol. Schmeckt aber nicht besonders länge. Nein, Petrol. Ethan. Von mir aus dann halt Ethanol. Aber hoffentlich nur der Gute. Ja, ich bin gerade bei der Badewanne. Ich hab nur einen Kamin aufgeschossen. Schiri sing. Währenddessen bin ich in der Badewanne. Äh, alle meine Ecken. Schiri sing. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser. Schwänzen in die See. Ja, da sieht Magnus sich. Hallo, Zepz-Stone. Hallo. Er verschwindet im Termin. Das bin ich. Oh, hier ist Frigor tot. Das ist doof. Hier sind mehrere Leute tot. Dein, du auch. Hi. Hallo, Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zep. Was, dann? War's nicht. Bungs. Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz-Zepz. Wo denn? Ja, inzwischen den Gängen, also in diesen Räumen da. Zwischen den Gängen, in diesen Räumen. Diese Revision wäre sehr hilfreich. Ne, da wo Josch jetzt lang ist. Dann können wir hier lang nochmal leichten. Los, Magdus! Das ist ja Blödsinn. Ja, Sekunde, ich muss nachladen. Magdus, warte, warte, warte! Ah, okay. Ich wollte auch schon sagen. Ich war schon ein bisschen verwirrt gerade, ne? Muss ich gestehen. Was? Verwirrt? Ja, 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 weil du jetzt ja auch... Achso, ich mach's jetzt ein bisschen aggressiver jetzt. Oh, hallo, Sepp. Oh, hallo, Sepp. Oh, hallo, Sepp. Oh, hallo. Ist jemand tot? Sepp muss es sein. Sepp muss es sein? Ja. Das ist GX tot. Nur weil ich drei oder vier Leute gekillt habe, warum das ist ich, Sepp? Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Da wurde geschossen, Joschi. Joschi, ich höre Schüsse. Schüsse. Joschi, ich höre Schüsse. Schüsse. Joschi, ich höre Schüsse. Ohhhh. Nice. Wie hast du mich erwischt? Märtyran. Ah, nice. Explosion nach seinem Tod. Hä, aber du belagst doch da an der Ecke. M-mh, ich hab mitten im Raum. Bei mir lagst du komplett in der Ecke, what the fuck? Ja, ich bin mitten im Raum, aber jetzt sehe ich's auch nicht mehr. Also bei meinem Bildschirm kann ich... Die droppt halt da, wo ich... Wo du gestorben bist. Genau. Genau. Du hast mich aber... Meine Leiche ist nur in die Ecke geflogen, nachdem ich gestorben war. Die Bombe bleibt in der Mitte. Ah, wow. Okay, gut. Ja, guck mal. Haben wir gewonnen, Schiri. Hashtag Dream Team. Ja, absolutes Dream Team. Aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, warum der Märtyrer jetzt... Also ich meine, das geht nicht auch in Zweitürer? Ah, 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 ah! Hier kommen die... Ich bin nicht interessant, aber soll ich... Ja, rat mal, wer daran mitgearbeitet hat. Dailo, wir können, wenn du einmal schießt... Ich, 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 ich hab einen Hacker. Was? Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Ähm, irgendwer ist Parker, ja. Ehm, Karol ist Parker, ja. Nein, ich bin einfach wie der Priester. Ich bin eine kaputte Schaltplattenspieler-Teil-Objekt. Da hat jemand versucht, mich zu machen. Ich hab noch keine Ahnung wer. Aber er hat's gefehlt. Ja, okay. Also was ist ein R? R? Keine Sie? Das war schon ein bisschen gemein. Äh, wir können auch mit Handschellen machen. Weiß das jemand? Keine Ahnung. Ja, ja. Oh, ich. Äh, ich schätze jetzt hierher. Guck mal, hier ist sogar ein Bett. Das ist Marker. Ja, dann verliert die Person alle, die die hat. Ja, du bist du Marker. Ich bin gut, ich bin gut, ja. Oh, ich wollte die Waffen. Ist das jetzt? Was kann, was kannst du dich jetzt, also... Macht das irgendwas mit der Hand? Ja, das ist Marker. Äh, das ist Marker. Äh, das ist Marker. Das hat man ja auch gar nicht. Ich bin Marker. Kann ich nicht sein. Kann man von der Waffe eben verloren. Kann man das wieder... Äh, ich hab deine Waffen wieder nehmen können. Das ist nach fünf oder sechs Sekunden wieder zurück. Äh, Carol? Muss man kurz hier runter? Ja, ich bin schon weg. Ich dachte, die Karate an der Tür ist deutlich. Äh... Danke. Karate an der Tür. Josh, bitte einmal killen. Hey, Thierry. Willst du irgendwas, was man nicht machen kann? Ohhhh! Zug! Thomas! Ich sieh, du bist Traitor. Erschränkt mich doch nicht so, ihr beiden, ey! Ich hab doch die ganze Zeit einen Cheese in einem Zimmer. Oh, ich bin der Marker-Zimmer. Oh, ich bin der Marker-Zimmer. Also der da ist da. Der da ist da. Der da ist da. Der da. Der da. Der da. Ja, der Josche. Reduzieren! 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 Rappelle! Oh, oh Smoothie! Marker-Zimmer ist's doch nicht schön passieren. Reduzieren! Marker-Zimmer noch! Reduzieren! Reduzieren! Oh, hier ist schön bunt! Große! Ich glaub, das Ding in dem Raum ist böse. Ich glaub auch. Ich glaub, das ist Frigo! Aw. Nein, Frigo sind für uns! Alp! Ich habe eigentlich nur eine Person angegriffen. Dann warst du im Weg, weil ich habe nämlich eigentlich die ganze Zeit versucht, G-Jicks zu killen und ich habe die ganze Zeit auf G-Jicks gezielt. Keine Rücksicht auf Verluste hier, ich sehe es schon. Also nur weil Frigo einen ähnlich proportionierten Popo-Harts wie G-Jicks, ne? Ich habe G-Jicks angeschlagen, ob er reingelaufen ist, ist dann seine Schuld. Du hast mich voll gefokusst, du bist ein Ziel, er ist reingestoßen. Sepp stößt, und jetzt wird es die Rose. Sepp, einfach meine Brüder töten. Bruder muss los. Nein, Bruder muss los. Wo sind jetzt schon wieder dieser Asiate hin? Hier unten liegt ein Pirate-Contact. Was willst du von meiner Töte? Nein, ich will den anderen Asiaten. Ich würde mich auf 60 falsch achten. Ich will nicht diesen Asiaten, ich will den anderen Asiaten, der mit mir gerade redet. Ja, ich weiß. Es gibt noch Asiaten. Ja? Ich G-Jicks noch. Aber ich rede vom männlichen Asiaten. Guck mal, hinter dir. Guck hinter mir. Und sie, ah, ich sehe dich. Ja doch, ich sehe dich. Schwebeparty. Schwebeparty im Hauptraum. Alles richtig gefährlich eigentlich. Wir sind gerade auf einem Paradeflug. Darum können wir das. Ja. Wir sind ein sehr schönes Flugzeug. Oh, oder wird direkt geschossen? Nein. Ja, auf einem Parade. Was war das? Mr. oder Mr. Shotgun war das? Mr. oder Mr. Shotgun, okay. Mr. oder Mr. Shotgun, okay. Hey, Mrs. Shotgun. Hey, Mrs. Shotgun. Hey, Mrs. Shotgun. Warf. Achso, dadurch kann man... Oh, das war knapp. Ja, was? Ich dachte hier das Bild. Was ist das? Ich war hinter dem Bild und habe das Bild angeschossen, weil ich dachte, das wäre wie die anderen Sachen, alles eine Holzwand. Oh, wow. Die man kaputt schießen kann. Das war mein Bild. Ja, das arme Bild. Oh, ich habe eine grandiose Idee. Ich auch. Alter. Alter, Schiri, Schiri! Schiri? Josh, du warst von tot. Echt, du warst von tot, das ist unfair. Okay. Hey. Nein, warte. Nein, warte. Ich höre nur der Bild. Ah! Ähm. Na, klasse. Ich bin... Ich... Das ist ja schön. Nein, Schiri. Äh, okay. Äh... Gut, dass ich der Bodyguard des Shinigamis war. Das war sehr nett. Danke. Hi. Das hat sich ziemlich gelohnt. Hallo, Sepp. Ich bin fast tot. Ich bin dein Bodyguard, aber bin fast tot. Weißt was? Ich vertraue dir trotzdem, dass du GX und oder Anna killst. Und? Ich kann auch einfach jeden töten. Ich hab sie aufbogen. Sie lag hier. Achso. Ne. Okay. Kann man nicht. Der Piraten musste sich nur, ähm... Ich bin grad in den Piratenvertrag reingelaufen. Oh, GX ist eingefroren. Sepp auch. GX war so lange vertraglos und deswegen alleine ein Team. Dementsprechend gehen die Runde noch nicht zu Ende. Ja. Also, Schiri, mindestens beim ersten war ich bei mir noch leben. Ja. Ich hab schon versucht... Beim ersten Schluss hast du noch gelebt. Hast du so Schiri oder irgendwie sowas gesagt? Also, ich hab... Ich hab... Schiri! Ne, ich habe Schiri komplett ausgesprochen. Und dann bei mir... Bei mir war ich halt tot, als ich das Schi abgebrochen habe. Also, vielleicht bei dem... Beim I war ich vielleicht schon tot, aber mein Gehirn braucht auch ein kleines Sekündchen zum Reagieren. GX ist kein Gehirn, da hat er eine kleine Gehirn. Schiri, du weißt doch, er ist auch nicht mehr der Gehirn. Ich bin alt! Er ist doch alt, 41 oder nicht? Also, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin Magnus mal anderthalb gefühlt zumindest. Magnus mal anderthalb. Nein. Das ist gar nicht so weit entfernt! Ganz schön böse, Jörg. Wir hatten doch eben das Thema. Deine Schwester ist Magnus mal anderthalb. Ne, meine Schwester... Nein, ich sage jetzt nicht zum Alter meiner Schwester, das kommt böse. Ich weiß. Es war auch etwas übertrieben gerade. Okay. Das war vielleicht nicht die... Magnus? Nein! Wie alt bist du nochmal? Weißt du? Wie alt bist du nochmal? 44. 44? Dann bist du die 66. Ja, das passt. Das ist nicht die Folge, dass ich lieber sehe. Hallo. Ist das gut? Nein. Meine Schwester weiß, ich habe mit Humor. Hier ist Blut. Ich auch. Verstehe. Das ist Blut. Hi. Dann halt nicht. Hi Anna. Ist du angeschossen? Keine Ahnung. Hat schon wer Schaden? Hat schon wer einen Schaden von euch? Hat schon wer einen Schaden von euch? Ja. Danke. Die Frage ist jetzt natürlich, ist es rotes oder blaues Blut? Ich weiß nicht mehr was ich davor war. Ich glaube irgendwas mit Gras. Verdammt. Du bist jetzt mein Kollege. Irgendwas mit Gras? Das macht auch Spaß. Stimmt's? Stimmt's? Die Jigs? Die Jigs? Stimmt, das macht Spaß. Stimmt's? Ja, das macht Spaß. Mit Gras. Ja, das macht Spaß. Mit Gras? Mit Gras? Mit Gras? Wieso? Gras? Ich hab's nicht gehabt. Obwohl er zur Seite gesprungen ist. Das ist ein Horrorfilm, der heißt Gras und der ist schlecht. Was? Ne, da war meine Brüderschaft. Den hatte ich ja wirklich gemacht. Ich dachte, du fandest ihn gar nicht mal so schlecht. Ne, der war schlecht. Bin dabei eingeschlafen. Ich erinnere mich noch. Äh, ging's hier auf einer Skala von 1 bis tot. Was bist du? Äh, komm, Schiri, Schiri, Schiri. Schiri, Schiri, Schiri. Alter! Wer? Wo, wo ist jemand Expo? Ich weiß nicht. Hier oben ist, hier oben ist ne... Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Okay, wir haben einen Traitor, wir haben einen Innocent, der tot ist. Jetzt halt, wer stimmt das Nächste? Der Reihe müsste jetzt der Nekro dran sein. Wer ist Nekro? Nein. Ich geh das mal nicht so raus. Achtung! Haben Bumerang gefunden. Nein, die haben hier jetzt keine Bumerang. Hä? Karen hatte ein Bumerang hier. Bumerang, ja, ja. Immer wieder die Bumerang. Die hat bestimmt noch Credits. Komm her, komm her. Sip, du bist es doch. Wo ist, komm her. Hier oben, hier oben, hier oben. Wo ist, komm her. Hier oben. Über dir. Über Jijiks. Hier, hier. Hi. Da, da ist bestimmt noch Credits drin. Ich hab die grad confirmed. Da bin ich gut. Wo ist die andere Leiche? Wo ist die andere Leiche? Wo ist die andere Leiche? Hier ist noch ne Leiche, aber... Das sind eh noch... Guck dir das mal an. Welche Leiche ist noch wo? Oh, krass man ey, als wärst du Super Mario. Hi. Hey, du warst doch gut. Äh... Schiri, kannst du bitte mal weggehen? Danke. Geht mal bitte alle weg. Danke, danke. Danke schön. Ja, gerne. Warte, ich lass es mir spielen. Was? Das Bild verschwindet ey. Äh... Richtig gut. Magnus hat eine Naturkörper in den Sekt. Daylo lässt dich nicht defibrillieren. Äh... Kuchen mit sehr viel Kalorien fliegt. Bestimmt schon. Okay. Nein. Äh... Das ist Physikunterricht mit Magnus. Letzter Versuch. Daylo. 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 Attempt the fate try again. Ja, come on. Ich... Du machst es mir echt schwer. So, bitte. Rigu, stehst du eigentlich immer noch da und machst das mit dem... Ich hab drauf gewartet, dass jemand durchkommt. Aber irgendwie... Ja, da kommt keiner rein. Hat's nicht... Da klappt wie ich... Willkommen zurück. Komm an, dass er... Warum liegt die einen... Einfach rumlaufen und so tun, als würdest du mich beschützen, ne? Also... Dann bin ich schon zufrieden. Daylo, du bist tot! Achso, stimmt. Da reden darfst du aber nicht. Stimmt. Da war ja was. Hier ist sehr, sehr viel Munition. Ich verstehe nicht, warum hier Munition liegt, Leute. Das ist einfach nur anders ausgedrückt, also hüblich ausgedrückt. Äh... Das ist Rigo da drinnen, aber okay. Da war so viel Fall. So. Machen wir jetzt... Okay, also Anna ist auf jeden Fall gut, weil sie schießt die ganze... Versucht die ganze Zeit Leute in die Bruderschaft zu holen. Das heißt, Daylo ist gut. Und wir haben Sidekick, Jijiks und Bich. Das heißt, wir sind fünf Leute, die relativ sicher gut sind. Wer ist also böse. Ich bin auch gut. Du bist gut, aber du hast schon gewiesen, oder? Der will ist gut. Hä? Äh... Das war der. Okay. Verdient. Sekunde. Ich kann folgendes machen. Shiri... Shiri ist gut, das kann ich bestätigen. Ja. Nein! Ähm... Ich bin... Ich bin Survivalist. Ich belieb die... Lieb wieder. Also Freako ist auf jeden Fall nicht gut. Gute Devil. Und Mr. Hai ist Survivalist. Devili. Das ist natürlich interessant. Find ich das in der Bruderschaft? Ich weiß es nicht. Also... Das heißt, die einzige Person, die böse ist... Ne? Ist Freako. Ich bin gerade... Alles klar. Freako, du bist böse! Wir haben sechs gegen eins. Du bist umzingelt. Freako! Geben sie sich Hände hoch. Freako! Freako! Wer hat denn da gerade Hundegeräusche eigentlich gemacht? Äh... Oh Gott, das ist... Das ist richtig das Massengerät! Was ist da? Ich muss noch gut sein. Ihr habt mich doch identifiziert als tot. Warum habt ihr mich doch... Weil du... Du bist halt wieder angezeigt. Du bist halt wieder angezeigt. Achso, ich dachte ich werde als tot angezeigt. Ich dachte ich kann jetzt richtig Jibaden jetzt. Nein, nein. Jibaden? Achso. Ah, Jigix war Traitor. Ja, okay. Ja, ja. Ich wusste das aber so für die ersten zehn Minuten nicht. Also... Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zuschauen dieser Folge. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn die netten Leute... Und... Friko? Wieder TTT spielen? Nein, Friko. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Cheerio. Tschüss. 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 Okay, alle...